Travel Tracker Travel Tracker macht vor allem für Geschäftsreisende Sinn, die ihre Spesen abrechnen müssen. So kann man über die Voreinstellungen bereits eine Vielzahl von Vorgaben setzen, etwa die Währung des Zielortes. Hilfreich sind die vielen vorgegebenen Vorlagen für Mietwagen, Essen oder auch Meetings. Per iPhone Kamera kann man sogar Rechnungen erfassen. Die Wetterdaten des Zielflughafens kann das Tool ebenfalls abrufen. Sinn macht das Programm aber vor allem über den Online-Dienst iTripit. Darüber kann man seine Reisen verwalten und etwa über ein Sekretariat, Termine oder Hoteldaten aktualisieren.